Ich lebe immer so nach dem Motto, dass man keine falsche Entscheidung treffen kann. Es ist immer alles, was man getroffen möchte, ist gut und ich bin zufrieden. Mein Charakter ist eher bescheiden, ehrgeizig und lustig. Der schönste Moment beim FC Thun war das Goal gegen IB. Da spürte ich die Freude bei den Fans. Vor allem, weil es gegen IB war. Meine beiden Eltern sind aus Palästina. Zu Hause reden wir Arabisch. Der erste Einsatz mit der Nationalmannschaft war sehr speziell, vor allem mit der Hymne. Das war für mich etwas Neues. Ich hoffe auf mehrere Reisen.